Tragen. Da muss ich jetzt schon wieder gucken, wie ich das Mikro auskriege. Das ist doch furchtbar. Also ich habe gestern Leder gespielt und nach, ich glaube, drei Zügen waren es noch nicht mal aufgegeben. Direkt einen Blitzer getötet und sich den Ball geschnappt, da hatte ich die Schnauze voll. So, dann muss ich noch mal gucken, wie kriege ich denn das Mikro ausgestellt. Wie war das noch? Dann muss ich doch hier in die Gamebase. Ja, 5.0 ist sehr hoch, das stimmt. Sprachschatteinstellung, die wir... Ah, ich hatte auch Waldelfen, aber gegen Orks. Also ich war Orks. So, nichts zulassen. Dann haben wir das Problem doch schon gelöst. Zack. So. So. Ich glaube, es war gerade eine Suche. Wenn die noch ist, mal schauen. Das war, glaube ich, wie hieß er noch? Kopf. Ja. Aber die sind schon. Die haben gefunden. So, dann drücke ich mal Gegnersuche. Oder bist du noch nicht so weit? Okay. Dann machen wir die Suche mal. Ah, das geht ja rückzwatz. Dann kann ich hier schon wieder Gegner gefunden machen. Und das klappt auch. Perfekt. Oh je, oh je, oh je. Nein, oder? Hat ja keinen. Ich selber spiele auch nicht gerne gegen Orks, wenn ich ehrlich bin. Die sind halt einfach nervig. Ja, das wäre echt spielig, so ja. Ja, andere Team, was ich sehr gerne noch spiele, sind Menschen dagegen. Ja, da muss man halt ein bisschen mehr Glück haben bei Menschen. Ja, so geht es mir gerade mit den Necros in der SAS. Ich darf auswählen. Ja, dann nehme ich den bei. Ich bin schon froh, dass es nicht regnet. Ja. Und mit Rasen noch dran. Also, dann war das doch ein Zufallsskill und der gefällt dir nicht so ganz drauf, ne? Ja, obwohl auch ein Lineman mit drei Skills ist natürlich auch schon so eine teure Sache. Ja, ja, Profi ist ja auch, Profi-Ballaufheben ist auch immer irgendwas mal auf. Obwohl, was willst du denn, wenn der Liner, Lernmann den Ball hat, so ist ja auch nicht so geil. Wie weit können die fünf? Vier sogar nur. Ja, guck. Mhm, mhm. Ja. Genau. Das kenne ich von Goblins. Das sind normal, sind die Goblins meine MVPs eigentlich die ganze Zeit. So, immer. Man kann mich doch hören. Ich hab's doch gerade ausgestellt. Okay, ja, dann kann ich auch mit euch quatschen, Leute. Okay, dann erstmal allen willkommen. Jasper und Sweetlein. Moin, moin. Ich werde aber nicht viel reden. Also, wundert euch nicht, wenn das hier ein komischer Talk ist. Ich bin halt mit Braddock gerade im Sprachchat. Und scheinbar krieg ich nicht ausgestellt, dass ich mit gestreamt werde. Dabei hab ich's gerade ausgestellt. Komischerweise geht es wohl nicht. Das Problem hatte ich im letzten Spiel schon. Scheinbar bin ich jetzt dazu verdammt, immer mit Chat zu streamen. Okay. Gut. Da gibt's auch Schlimmeres. Ja. Die sind gemein, die Orks. So, Moment. Den möchte ich da rüber tun. Ja, wenn die Blocker, wenn die Blocker noch ein bisschen was kriegen, dann bin ich zufrieden. So ein bisschen unterstützen fehlt mir noch so auf 1-2. Dann... Ja, die sind anfällig halt. Die, ähm... Man hat's ja höchstens 9, außer aus den Fleischgolems hier um 10. Das ist nicht so viel Rüstung. Und dann... Ja, ist gut, dass die Wölfe das haben, ne? So, muss ich bestätigen, dass du den Ball schmeißt. Mach ich. Hä? Fundst du das nicht? Doch, jetzt. Okay. Mal eben abwarten. Hohen Ball, das drück ich nie weg. Dann ist es immer irgendwie der Troll, der im Ball oder der, der dann steht. Ah, da fängt das schon wieder an. Mein... Ja. Dann hätte ich schon direkt aufgegeben. Nein. Ja. Warum krieg ich denn da nur einer Blocks? Ach, die sind ganz lieb, die Jungs. Ja, das hab ich. Oh ja. Guter Start. Gefällt mir. Oh, der. Ich hoffe, dass dieser Spieler eine Reise hat. Wird. 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 ganz dreister zug dass das geklappt hat glaube ich gerade selber nicht cool er kann es doch okay es 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 fällt das aber macht ja sinn hast du immerhin genau dann ist er wenigstens hält dann dabei auch wenn er soll fangen wir mal hier an ok das ist gar nicht mit dem kohlen kann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, okay, okay. They've got so many twerps coming through on twerp above. I've known twerps all my life. Wait a second, what's happening down there? Tell those teeth, Jill. They'll have to pick up both of them off the ground in a few seconds time. They're now as free as a fart in a thunderstorm. I'll see you again. okay die hauen heute aber wirklich rein die blitz sagen aber richtig steil heute meine güte ja 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 Das ist ein bisschen knatt. Ich bin bereit, dass ich einen guten Kugel habe, dass ich mich in den Mund schreien. Battle 2. Battle 2. Battle 2. Also ich habe mit Nekros auch die Erfahrung gemacht, dass die, wenn ihr Pech hast, die ganz schön auseinanderfallen können. Okay. Ich kenne einen Streamer von der DBBL, den ich ab und zu mal schaue. Geniefix. Spielst du auch gegen den? Mhm. Ich mag das, der immer zuschreibt, die Welt braucht mehr Blood Bowl. Finde ich cool. Ja, das glaube ich auch. So, drink to a chill, and I'll have your arms sawn off with a rusty blade. I want it warm. Warm, I said. Body temperature. Is the blood in your veins cold? No, it isn't. Then why should my... Why be any different? Is this microphone or not? No problem. Okay. Da ist natürlich Pech. Vorhin auf einen, der noch nicht mal Block als Wehr hatte, so ist dann wirklich echt gemein. Ja, das... Bei einern kenne ich das auch nicht anders. Da traue ich mich auch kaum, irgendwie sowas zu machen, dann überhaupt nochmal zu Reward. Oder ich überlege es mir zumindest immer erstmal nochmal, ob ich es wirklich machen will. Ja. Ich würde wahrscheinlich sagen, etwas sinnvolles zu allen unseren Kabal Vision-Vision-Viewarden. Was ich denke, ist... Splat! Der Ball ist ein bisschen schritten. Oh, nein, mein Fehler. Er ist auf dem Boden. Das ist ein guter Weg für dieses Spiel. Oh, ist das nicht möglich? Das ist nicht möglich. Ich muss dich da irgendwie beschäftigen, denke ich mir. Ich habe dich da. You just have to close your eyes, and block your nose, and close your bow, with a broken arrow. Now his body can move freely. That player is ready for a pass. Well, I have a Déjà-vu-Effekt. That was similar to Tellheim, but it didn't bring me anything to it. I also knitted a lot of players in the first half of the game. Then I couldn't point it, and then came all of them again. Yeah, so good we. Yeah, but there had me the place nothing to use, because I just couldn't put him on the ground. That's not going to happen, man. Then I get a trauma, what this means. Then, I get a Dann sieht das ganz gut aus, das stimmt. Ja, ich kann nicht meckern gerade, muss ich sagen. Ja, ich kann nicht meckern. Oh, der Goblin, ja. Jetzt habe ich mir hinterher auch gedacht, das war keine gute Idee. Oh, ich will nicht in diesem Spieler sein, bitte. so gut wie schon mehr draußen als trans da muss ich mitgehen der wäre jetzt noch nicht okay nämlich mit die Ich hab ihn mit ihm geholfen. Ich hab ihn mit ihm geholfen. Get up! Get off the floor! I don't know what that means. I'm ready for a second. 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 Obviously, when faced with a nerd-team, one has to expect to handle some, not necessarily pleasant, substances. He seems a little stunned, doesn't he? Ja, irgendwann kommt so eine Phase und dann denkt man, oh, dann macht es irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte auch schon mal so eine Phase, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es kotzt mich alles nur noch an. Aber dann geht das auch wieder anders. Aber okay, das ist dann sehr lange schon. Das muss auch nicht sein. Das übel. Aber mit Zwergen weiß ich nicht. Ich habe noch nie Spaß an Zwergen gehabt. Oh, den wollte ich eigentlich da hinziehen. Oh, Mann. Ich will mich ja nicht beschweren, aber der hat gerade, das war gerade der richtig falsche Zeitpunkt für so ein schlechtes Ergebnis. So. 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 Ah, jetzt kommen natürlich all deine Waffen. Und Klappen. Och, ehrlich, wahr? Hör auf. Spiel. Ja, das war ungünstig. Oh, ey, ey, ey. Ungünstig. Okay. 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 Tja, 4, 3, 2, 2. Andere Chance habe ich wohl nicht mehr. Der Goblin werfen, wenn er ihn aufnimmt, dann mit dem Troll hinterher werfen wäre eine Option, aber die ist noch bekloppter. Ja, plus 4, plus 3, klappt nicht. War klar. Ein bisschen zu geklüngelt, glaube ich. Hätte ein bisschen schneller vorrücken sollen. Ah, naja. Dann bleibt es erstmal 0-0. Dann ist jetzt zu hoffen, dass möglichst wenig Spieler von dir wiederkommen. Ne, anscheinend nicht. Ja, kommen alle wieder. Das ist ein Blutfest. Das, das ist Blutball. Ne, anscheinend nicht. Ja. Vielen Dank. Ja, ich werde es auch versuchen, schwer zu machen. Ja, der Fleischkohlen, der hilft schon mal sehr. Das stimmt. Der nimmt dir ein bisschen Stärke weg. Ja, mir wäre Lieder gewesen, ich hätte es nicht zu Fall gekriegt. Ja, der habe ich ein bisschen doof gestellt. Den hätte ich besser schützen müssen, den Beiträger. Ja, das ärgert mich aber gerade noch so ein bisschen. Ja, dann ist die Aufstellung allein schon so eine Sache. Wetterwechsel, was war denn das? Aber nichts Besonderes. A loose ball is a dangerous ball. The player needs to secure it and fast. They're coming for the ball, but can they pick it up? Ha ha, hier sind ein paar Freunde. Ja. 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 Okay, wie mache ich das denn jetzt? Ja. 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 Vielen Dank. Ich mag Paus. Ich mag Paus. Warum? Das ist auch ein ganz liebes Ork-Team. Ja, der kann auch wegbleiben. Ich muss kurz sagen, vielleicht wird es ja mal ein Triple. Ja. 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 Mir gefällt das auch nicht alles. Ja. 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 naja klar da musste schon aber so richtig geil ist das alles sowieso auch nicht für mich gerade noch nicht dann wollen wir jetzt noch nicht übertreiben das lassen wir machen ja einer block den der gerade auch noch lag mir auch noch zu versuchen aber lass mal sein lieber dann doch da dran stehen hinterher nicht die geister frei gemacht dadurch und zumindest 1 auf dem ball ist befürchtet er öffentlich fällt ja nicht irgendwo ganz okay muss ich jetzt auf wolfjagd gehen oder was okay jetzt ärgere ich mich schon fast dass ich so viel darunter gezogen habe naja musste ich auch machen ja 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 das ist auch jetzt nicht so wie ich es haben möchte ehrlich nicht oh mann oh mann zeitprobleme sagt schon ich komme in den pinpanellen ich habe mir gerade nicht sicher was ich machen soll bei dem zug hier ja weil wir so super verstreut sind das ist nicht gut dann geht es nicht dann wieso meine wien die nicht nicht Ist das Mikrofon auf? Ach ja, oder hat er rasend. 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 Ja. Ja, oder hat er rasend. 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 Ja. Ja, oder hat er rasend. Ja, oder hat er rasend. Ja, oder hat er rasend. Ja. Ja, oder hat er rasend. Ja, das war so ein Affekt-Ding irgendwie so. Ja, das war so ein Affekt-Ding irgendwie so. Einfach gemacht. ich traue mich nicht mit dem troll noch nicht drei züge das wird immer schwieriger alles ist das nicht die Firma, dass du eine große Bedeutung von schlechten Gambling hattest? warte, ist das... warte, was? hmm Die Pläne sind umgekehrt. Puh. ach, hätte ich das gewusst, wäre ja nicht mitgegangen ja 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 die haben, die wollen ein bisschen für sich sein, die beiden nein, er macht nichts, Penner, das hätte ich lassen sollen er wird das einem namengerecht, zwei Fragezeichen ja 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 Gefällt mir nicht mehr, wie das gelaufen ist hier. Jetzt mal überlegen. Wo ist das gelaufen? Und da haben wir das gelaufen? Das heißt, das ist noch ein bisschen zuми. Ich weiß es nicht, aber das wird jetzt eine Art. Ich weiß es nicht mehr, wie das ich nicht mehr so kann. Es ist nicht mehr, es ist ein bisschen zu erleden. das ist doch blödsinn das ist eine gute Wahl für dieses Spiel das ist ein guter Wahl das ist ein guter Wahl das ist ein guter Wahl Das ist nur ein Wort zu sagen, Walter. Nicht ein Wort, Jill. Ein Sound. Rrrrruhsch! 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 trotzdem besser vorgestellt. Zu gut gelaufen für das Resultat eigentlich. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da noch was rauszumachen? Hm, das sieht schwierig nach nichts mehr aus. 2, 3, 4. So, das war mein Blitz. Kommt der denn? Okay, mal rein. Aber ey, es wird ja niemals klappen. Als ob der werfen wird. Ja, erstmal muss er den Ball aufheben auf eine 3 und dann aus schlechter Position auch noch mit eingreifen oder was? Obwohl... Ja, das kommt noch dazu. Da müsste ich das so machen und so machen. Och, das wird nicht klappen. Da haben wir das Resultat. Ja. Bin ich nicht ganz mit zufrieden. Er hätte besser laufen können für mich. Aber ich habe da ein paar Fehler gemacht. Glaub ich, kann es da auch sein irgendwie. Ich hoffe, du hast nicht allzu übel Verletzungen bekommen. Da war ja doch ein bisschen was bei. Ich glaube, 3 oder so, ne? Ne? Oh, immerhin. Oh, meine SSP ist leider auch keine gute Ausbeute. Naja. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wie das dann noch weitergeht, die nächsten 3 Spieltage. Ja. Das ist auch mir aufgefallen und das ist eine große Leistung. So, ich sage dann mal Tschüss. Der Stream ist vorbei. Okay.